Hey und herzlich willkommen hier zum nächsten Schnellguide und zwar zum Ullianas Monk. Das Ullianas Set bekommt ihr ja in der nächsten Season schön hinterhergeschmissen und deshalb zeige ich euch jetzt den Bild, den ihr damit spielen könnt. Und zwar braucht ihr sechs Teile Ullianas dafür, dann einmal Gürtelband der Verlorenen, welches euren erlittenen Schaden reduziert, dann einmal Schwur des Abenteurers und die Windhose, einmal für Schadensreduktion oder Schadenserhöhung, je nachdem ob ihr euch bewegt oder nicht, dann die Gungdoshin, womit alle Gegner im Umkreis der Todesexplosion so mit explodierender Hand belegt werden, dann die Einheit, also euren Begleiter nicht vergessen, dann die Faust von Asturask, dieses Wortding da oben, ja auch einmal für den Schaden, dann die Löwenklaue, die dann sieben zusätzliche Schläge ausführt, dann natürlich den Fluss der Ewigkeit, der einmal den Schaden vom Schlag der sieben Fäuste erhöht und die Abklingzeit reduziert, also ganz wichtig, dann die Geisterschellen, einmal auch für Schadensreduktion und die Zusammenkunft der Elemente, wenn wir dann unseren Kälteschaden Bonus haben, dass wir dann auch 200% mehr Schaden machen. Dann zeige ich euch nochmal kurz die Fertigkeiten, und zwar habe ich den Weg der 100 Fäuste mit Assimilierung, was ihr aber auch gut benutzen könnt, ist die lebende Woge mit Tsunami, davon wird auch einiges getroffen, also könnt ihr mal ausprobieren, was ihr lieber mögt, dann den Schlag der sieben Fäuste mit unaufhörlicher Angriff, dann die Offenbarung mit Wüstenschleier, ganz ganz wichtig, die explodierende Hand mit drohendes Verhängnis, damit auch Eishände über euren Gegnern sind und die Eisexplosion stattfinden kann, wenn das nicht der Fall ist, dann solltet ihr nochmal nachgucken, woran es liegt. Dann der Zyklonschlag mit dem Windwall, der rasende Angriff mit feuriger Glanz, und in den passiven habe ich den mythischen Rhythmus, den Fanal von, oder das Fanal von Ita, auf jeden Fall, also Fanal von Ita, so. Die Gelegenheit beim Schopfe packen und Harmonie. Dann nochmal kurz zu den Details, und zwar Wert Nummer 1 beim Uli-Mönch ist der Flächenschaden, weil ihr wollt ja, dass alles in einer Eisexplosion endet, deshalb der Flächenschaden so hoch wie es geht. Als nächstes folgt dann schon die Abfängzeitreduktion, weil ihr ja euren Schlag der sieben Fäuste so oft es geht einsetzen wollt, deshalb solltet ihr die auch ziemlich hoch bringen, höher als hier. Als nächstes solltet ihr darauf achten, Kältefähigkeiten verursachen, mehr Schaden, dass ihr das auch drauf habt. Wo es geht, auch noch Schlag der sieben Fäuste, also der Schaden davon erhöht. Und wo ihr bei den Waffen auch drauf achten solltet, was ich jetzt zum Beispiel nicht hab, dass die Flächenschaden haben und Cooldown Reduction, also Abfängzeitreduktion. So, jetzt könnt ihr hier erstmal schön sehen, Offenbarung ist schön an, müsst ihr schön drauf achten. Mit dem Zyklonschlag könnt ihr schön Leute ranholen und hier könnt ihr schön durch die Gegend slideen. Jetzt ist hier meine lebende Woge wieder mit reingenommen. Und mit Rechtsklick, wenn hier alles schön belegt ist, explodiert hier alles so schön. Ich hab hier schon den Spaß meines Lebens, ne? Also es ist einfach super geil, ne? Aber schön drauf achten, dass die Offenbarung auch immer wieder schön verfügbar ist. Oder schön die Gegner an sich ranziehen, alles mit der Hand belegen und die Exposition. Wenn der PTR nicht ganz so klägen würde, sieht das noch ein bisschen geiler aus. Und alles weg, ey. Ja, ich kann eigentlich nur noch wünschen, viel Spaß beim Nachbau, ne? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach drauf los. Jo, und damit ciao und ja, bis zum nächsten Schnellguide.